so jetzt im dunkeln ist die waffe ist echt gut ich jetzt jahre ja das ist die die du sonst mit fern das war das dynamit oder so und ich habe ihn springen ja ich habe eben auch da rechts sind wunde ich mache mit der schalter für pistole ja die alte platt ich hatte den eindruck dass so ein immorta angeschossen haben also so ein feuer und da ist eine sargmama jetzt hat es dahinten gerumst die haben den dicken weg und ich sehe ein ich sehe ein ich sehe zwei die sind da und wollten hier nach rechts sind aber ab alter die ballen da richtig ich muss dann mal weg weil dieser immortal der kam da gerade an ja 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 ich will noch mal den stand ja scheiße muss hier rein mit springen hier rein scheiße wo ist der mich ja ledigt unten ist unten genau da ja super danke um ohne hast du noch platt geil du hast beide platt geschossen aber ich glaube es waren drei ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es waren drei das sieht ja aus ja das sieht aus als wenn sich der andere duckt oder so ne ja soll ich dich mal wieder belegen ja versuch mal ich hoffe es waren nur zwei prima alter aber die hast ja echt gut weg gemacht als ich da oben eine fette lanze als ich oben stand hätte ich was machen können also jedenfalls ballern können aber ich hätte es nicht hingekriegt irgendwie ich gucke mal hoch vielleicht sterbe ich gleich hier scheint keiner zu sein oh der hat eine gute waffe die kannst du dir nehmen oh das ist quasi deine mit zielfernrohr alter 500 dollar habe ich eben bekommen echt durch durch den weil ich den geplündert habe 50 aber der hat deine waffe quasi mit dem zielfernrohr ja sehr geil stimmt ich hoffe dass es nicht noch einen gibt von denen ach so dann hätte ich den oben ja auch plündern können ja ja den oben kannst du auch dann ne scheiße muss nochmal hoch nur den untersten geplündert so ich hab mal äh das link gelesen da habe ich 50 bekommen ah super ja dann war schnell auf gegner gestoßen ja warte der ist aber echt gut weggemacht ja diesmal hat es geklappt ich weiß auch nicht manchmal hat man echt kommt auch immer echt drauf an von wo man noch steht ne ja und ich glaube die hatten dich auch gar nicht so richtig auf dem schirm ne das kann nicht sein ja ja aber das gefecht mit denen da oben okay hast du ja trotzdem super gemastert ja manchmal ne puh oh nein hier ist ein Teufel Teufel raus der hat mich hier getroffen Mistvieh Mistvieh sind sie tot? ne ne da ist noch einer oder? ne ich glaube es ist noch einer ich geh mal schaue ich den mal auf jetzt komm da an jetzt können wir mhm alter die sind auch nervig ey man 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 auf jeden Fall mal verbinden der hat mich trotzdem erwischt ich stand wohl ein bisschen im Wasser mhm und j mhm j mhm j j j j hier hinten ist ja da geht es lang und da ist auch blau das wird sich immer nah an ich glaube sie haben gefunden wo willst du denn ich habe hier aber ich will lösen das ist ja auch mal ein ach so wir sind in unterschiedliche richtung gelaufen ja du bist irgendwie weitergelaufen der war hier direkt vor uns okay schlechter wird verbannt schlechter so als er als ich hier auf jeden fall war wo es rot aufgeleuchtet und hier also ich würde auch hast du den weg gemacht ja ja als ich hier war hat irgendwas rot aufgeleuchtet es ballert hier auch um es kann sein dass er sind hier gut um uns diese genau die figur hat aufgeleuchtet genau kurz raus gucken das wird wahrscheinlich dann hier drin sein nämlich leuchtet nichts auf bei mir hat es einmal kurz aufgeleuchtet und dann ja wir gucken da rein würde ich sagen ja da ist ja der verbannte drinnen hoch und der hat mich mit der schrotflinte weg gesehen das war sehr so kriegst du ja also drei leute ja aber ein hast du ja 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 ja